Kai ist halt auch nicht so affin mit dem Handy. Letztens schreibe ich ihm und sage, Digi, ich habe dich letztens angerufen und sagt, er hat ja, du lügst, na niemals. Da habe ich wirklich eine Viertelstunde in meiner Anrufliste durchgescrollt und ihm ein Screenshot geschickt, weil ich ihn wirklich angerufen habe, aber er nicht zurückgerufen hat. Manchmal, ich weiß auch nicht, ist der auf Stand-by, aber du kennst ihn ja jetzt mittlerweile oben ist.